Eines sage ich dir, sie ruft die Bullen, wenn sie dich hier findet. Ach schon, lass mich rein. Ich bleib sowieso nicht lange hier. Also hör auf, mach keinen Stress, klar. Ist das eine Mischung da drin? Hey, bedienst du dich immer so bei anderen? Sei kein Wichser, Mann. Ich brauch das scheiß Benzin. Du siehst doch, alle hier haben Benzin. Ich bin die einzige ohne. Was macht ihr hier? Ihr schreibt die Motorräder um und fälscht die Nummernschilder. Ach schon, bewegt dich. Weg da, sag ich. Willst du einen kleinen Ausflug machen? Nein, nein, mach das lieber nicht. Domino mag es nicht, wenn wir rausgehen. Und wer ist Domino? Der Chef der BIMOS. Ich hätte ein Angebot für dich. Was ist es? Siehst du den blauen LKW? Bam! Wir brechen die Kiste auf und schnappen uns die ganzen Bikes. Wir machen deine Nummer. Domino hat's mir erzählt. Ist echt genial. Das ist das Huhn mit den goldenen Eiern. Verdammt, ich hab das Gefühl, ich bin auf irgendwelchen Aufputschmitteln. Das Adrenalin. Dürfen, ich habe das Gefühl, ich bin auf jeden Fall. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020